Es ist unser Herz, dass die Menschen eine kraftvolle, reale und verändernde Begegnung mit Gott haben. Eine Berührung von ihm verändert alles, und zwar zum Guten. Weil Gott ist so gut und er liebt alle Menschen von Herzen. Seine Gegenwart ist die Hauptsache. Dort, wo er auftaucht, breitet sich die Kultur von seinem Königreich aus. Leidenschaft fürs Leben, brennende Liebe für die Welt um uns herum und eine Hoffnung, die zunimmt und inspiriert, wird grösser in uns. Im God Encounter ist ausgiebig Zeit für Worship und unseren König Jesus zu ehren. Prophetische Worte, inspirierende Predigten und das Wirken des Heiligen Geistes bringen Durchbrüche, Freude, Wegweisung und Ermutigung. Wir sehen, dass Heiligen und Wunder passieren, weil in seiner Gegenwart ist nichts unmöglich und es nimmt zu und zu. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!